Marleen Lohse, 38, ist Mama geworden. Die Schauspielerin verkündete im Mai, dass sie und ihr Mann Max gemeinsam ein Baby erwarten. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte sie seitdem immer mal wieder Schnappschüsse, auf denen die Club der Roten Bänder Darstellerin ihre Babykugel voller Stolz mit sich herumtrug. Doch das ist nun vorbei, denn mittlerweile ist ihr Baby auf der Welt. Jetzt meldet sich Marleen nach ihrer Geburt bei ihrer Community. Auf Instagram veröffentlichte der Rotschopf am Mittwoch eine Reihe zuckersüßer Babybilder von ihrem kleinen Glück. Dabei informierte sie auch gleichzeitig ihre Fans, das Baby ist gesund, sein Haar ist ganz flauschig und riecht nach frischem Popcorn. Wir sind überglücklich und total ermüdet. Marleen offenbart, dass die Geburt plötzlich kam und es eine durchwachte Nacht lang gedauert habe, bis ihr Kind geboren war. Es ist alles viel schöner, bewegender und aufreibender als erwartet, freut sich die 38-Jährige über ihre kleine Familie. Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, verriet sie nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017